Hi, mein Name ist Simon Henn. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Henn Garten Landschaftsbau und wir suchen für unsere Team Verstärkung einen Landschaftsgärtner. Was das genau bedeutet, erfährst du jetzt. Wir suchen dich einen ausgebildeten Landschaftsgärtner, Vorarbeiter, Meister oder Techniker im Gartenlandschaftsbau. Was du mitbringen solltest, wäre Leidenschaft in dem Beruf, eine abgeschossene Berufsausbildung, Berufserfahrung. Du solltest eine Baustelle leiten können, mit Natursteinen umgehen können und pflanzliche Fähigkeiten haben. Und nach Möglichkeit wäre es super, wenn du einen großen LKW-Führerschein Klasse CE besitzt. Warum solltest du bei uns arbeiten? Weil wir ein mega geiles Team sind, weil wir ein junges, wachsendes Unternehmen sind, weil wir jeden Tag abwechslungsreiche Arbeiten haben, weil wir dir genügend Urlaub bieten und eine spitzenmäßige Bezahlung. Ja, wir haben geile Fahrzeuge, geile LKWs, super Backer von Takeushi. Wir haben einen Stapler, der hier alles bewegt. Wir haben eine eigene Halle, eine große. Wir haben eine Werkstatt, die man auch privat nutzen kann, wenn man am Wochenende gern was schraubt. Wir haben ein persönliches und familiäres Miteinander auf Augenhöhe. Das heißt, wenn wir was besprechen, wenn es immer auf Augenhöhe passieren. Wir haben vielfältige, abwechslungsreiche Arbeiten, die hundertprozentig Spaß machen und immer an der frischen Luft sind. Wenn ich dich jetzt von unserer Firma überzeugt habe, dann bewerbe dich jetzt unter diesem Video. Wir freuen uns auf dich.